Hey, mich hat gerade eine hübsche Frau auf Insta angeschrieben. Echt? Ja, schau mal. Ah ja, solche bekomme ich ja auch. Ich glaube, ich bin verliebt. Du weißt schon, das ist fake. Geht ab, Jungs. Ich habe mich verliebt in eine wunderschöne Frau. Glückwunsch, Mann. Wie heißt sie? Thomas Frank Augusta. Ja, okay, das ist ein wunderschöner Name. Das ist ganz klar ein Männername. Ich denke nicht in so Gender-Klischees, Mann. Ja, aber was mit dem Link? Du weißt, voll viele Frauen senden heutzutage einen Link als erste Nachricht. Das ist moderne Welt. Ja, so habe ich meine Frau kennengelernt. Was soll ich hier zurückschreiben? Klicke auf gar keinen Fall auf den Link. Dann kannst du mir vielleicht kurz zeigen, wie du es bei deiner Frau gemacht hast. Ja, klar. Richtig romantisch, Mann. Deine Frau heißt JürgenBott22RoteLippenEmoji. Sie ist einfach Bott und hat eine Zahl im Namen. Liebe macht nicht immer Sinn, Bruder.